Die alten Märchen sind eigentlich alle gleich. Die Prinzessin, der Held. Doch diese Geschichte ist ein bisschen anders. Ich bin der erstaunliche Maurice. Die Katze kann sprechen. Ja, natürlich. Zweifellos. Na dann, los, los, los. Und was ist meine Rolle darin? Du bist nicht hübsch genug für den romantischen Helden und nicht lustig genug für den Witzbold. Alles klar, ich hole nur meine Abenteuertasche. Los geht's! Ich glaube, ich bin verliebt. Eine Stadt mit hervorragenden Möglichkeiten. Hast du dir gesehen, dass hier keine einheimischen Ratten sind? Hier riecht's komisch, oder? Es riecht nach einem Rätsel. Eine gruselige Spur, die der Handlung auf die Sprünge hilft. Die Welt hat keine Handlung. Dinge passieren. Bist du verletzt? Nein, nicht. Mir geht's aber gut, weil ich nur auf den Kopf gefallen bin. Ihr glaubt nicht, was wir gefunden haben. Tödlich und böse. Unheimlich. So geht's. Eine Katze landet immer auf ihren Füßen. Ah, Maurice. Der erstaunliche Maurice. Ihr müsst dagegen ankämpfen. Komm zu mir. Was? Den Rest müsst ihr schon selbst herausfinden. Maurice der Kater. Wirklich kein gewöhnliches Märchen. Sicherheitshinweis. Ist keine tote Ratte, die gerade was gefressen hat, dass davor was gefressen hat, das sie umgebracht hat.